Wir möchten in der Koalition einen Gesetzentwurf jetzt haben zum Verbot von Kinderehen und werden deshalb den Justizminister auch auffordern, den entsprechenden Gesetz vorzulegen. Wir wollen ein Verbot von Ehen unter 18 Jahren ohne Ausnahme, ohne Härtefallklausel. Es soll grundsätzlich verboten sein und die jungen Frauen, die verheiratet waren, wenn sie Kinder haben, sollen eine umfassende Betreuung vom Jugendamt bekommen und deswegen keinerlei Ausnahmen.